Sticht man Löcher in einen Kunststoffbecher, so fließt die in ihm enthaltene Flüssigkeit durch die Gravitationskraft aus. Wenn er fällt, fließt während des Fallens nichts aus. Anscheinend wirkt während dem Fallen keine Gravitationskraft auf die Flüssigkeit im Becher. Das ist nicht wirklich so. Der Becher und das Wasser fallen gleich schnell, da auf beide die Gravitationskraft wirkt. Schwerelosigkeit ist ein Zustand, in dem entweder keine Schwerkraft wirkt oder deren Auswirkung nicht zu spüren ist. Bereits in Woche 3 sprachen wir darüber, dass die Reichweite der Schwerkraft unendlich ist. Es gibt somit keinen Punkt im All, an dem ein Körper komplett schwerelos ist. Es gibt aber Zustände, bei denen die Wirkung der Gravitationskraft nicht spürbar ist, so wie hier beim frei fallenden Plastikbecher. Da außer der Schwerkraft keine Kräfte auf Becher und Wasser wirken, sind beim Fallen die Auswirkungen der Schwerkraft für das Wasser nicht spürbar. Es befindet sich im schwerelosen Zustand. Auch für einen Satelliten ist die Gravitationskraft nicht spürbar, da er sich ständig im freien Fall rund um die Erde befindet. Um Astronauten für die Schwerelosigkeit, zum Beispiel auf der Raumstation ISS, zu trainieren, werden sogenannte Parabelflüge verwendet. Dabei steigt der Flieger in Phase 1 in einem 45-Grad-Winkel auf. In dieser Zeit wirkt auf die Körper im Inneren ca. die doppelte Gravitationskraft. In Phase 2 nimmt durch Drosselung der Triebwerke die Geschwindigkeit so weit ab, dass der Schub der Triebwerke nur mehr den Luftwiderstand ausgleicht. Während die Maschine in Phase 3 weiter bis auf 8000 Meter steigt und anschließend wieder fällt, befinden sich die Personen im Inneren für 20 bis 25 Sekunden in Schwerelosigkeit. Anschließend fängt der Pilot die Maschine durch Ziehen des Höhenruders und Hochwand der Triebwerke wieder ab. Es werden meist mehrere solcher Parabeln im Abstand von zwei Minuten hintereinander geflogen. In Bremen wird ein Fallturm verwendet, um Experimente in Schwerelosigkeit zu testen.